hallo ist der martin von meine mann kies dass die dachsanalyse für nun freitag den freitag sei schon nicht freitag ist das monatsschluss ja aber monatsschluss muss nicht zwangsweise freitag sein wir haben mittwoch vor uns den 31 januar und damit habe ich schon vorausgenommen monatsschluss im januar das ist insofern noch mal interessant weil so einige börsenweisheiten gibt die so ein bisschen auch darauf ableiten januar positiv wird dann ist das jahr positiv so die ersten handelstage im jahr einfach ein bisschen als indikator schon zu nehmen und daraus rückschlüsse auf das jahr zu ziehen klappt sogar relativ oft muss man auch sagen und unser dax hat sich hier aber nicht viel mühe gegeben die kleine ente die ente nachher heute bin ich auch durcheinander hier schildkröte schildkröte hat sich hier jetzt schon mal auf die startposition begeben und könnte langsam mal loslegen insbesondere zum mittwoch auch durch die us-earnings wäre durchaus denkbar hier ein bisschen bewegung rein zu bekommen unten haben wir die verkeilungskante nun schon auf 930 hoch steigern die war gestern noch bei 900 oben aber jetzt auch bei 17 30 da lag sie noch bei 17.000 wurde auch erreicht zum start da war kurz dran hat einmal kurz dran rum geschnüffelt sich gut abgestoßen aber ist nicht weit gekommen als für die premium leute hat man hier unten dann auch noch mal den hinweis geschickt ist die 950 gegebenenfalls noch mal gut verteidigt werden wird das hat auch getan und eben nicht die 900 dann gespielt ist für eine verkeilung so natürlich ist nicht optimal na also wenn die obere kante so wenig gegenreaktion abwirft deutet das ja eher schon fast darauf hin dass es doch noch mal ein neues hoch gibt und da bleibt es alles dabei das haben wir gestern ausgiebig durchgekaut wenn die verkeilung nach oben rausgenommen wird und er steigt oben aus der verkeilungslinie raus dann kann er hier 17 1 20 17 200 erreichen die verkeilungskante liegt oben jetzt im bereich um 17 30 bis 17 50 je nachdem wann man guckt 16 uhr also bei 17 50 früher morgen ist sie bei 17 30 so in dem drehraum liegt sie und unten wie gesagt 39 bis zum späteren tagesverlauf dann 59 steigt auch wenn sie nicht parallel sind trotzdem relativ ähnlich mit wie die obere dass man das einmal ein bisschen auf dem radar hat und sollte unser dachs aus dieser linie rausfallen und sich wirklich auch darunter etablieren würde er eine verkeilung auflösen und dann hätte er ein bewegungsziel bei wieder 7 60 hier oder 7 was ist das hier 800 bis 7 60 über 37 bis hin zur 6 60 könnte man quasi sagen also wenn er anfängt die keile aufzulösen können sich hier nach unten gut durch speisen aber muss es eben auch tun muss unten rauskommen drückt er sich nur nach oben und dafür würde eigentlich dieses geringe seitwärts hier vom hoch weg schon sprechen das haben auch gestern schon gesagt es ist ein ultra als es sind rekordkurse ja das ist der höchste stand den sie jemals gegeben hat und wenn unser dachs darunter nur so leichter seite tendiert darf man das sogar auch als stärke werden muss man sogar vielleicht auch denn das sind 20 30 40 punkte unter allzeit hoch das heißt er ist nahezu am absoluten rekord den er jemals geschafft hat das ist schon das ist schon starke leistung da gestern niemand kommentiert dass dass ich darüber traurig wäre dass ein allzeithoch ich glaube das ist ein kleines missverständnis gewesen also ich bin in keinem fall traurig dass wir allzeithochs machen freut mich für unsere depots insbesondere auch die etfs die wir gekauft haben wo man ja schon schon darauf gieren dieses jahr mal ein bisschen was auszudünnen an unseren zielen oben dass die eben erreicht werden und ich denke dass immer auf einem guten weg wenn er so weitermacht muss hier aber jetzt muss ich jetzt weiter liefern und dann können wir die nächsten ist nächste charge anlaufen ja also denke 17 30 bis 17 50 das wäre ja am vormittag erreichbar wenn es mühe gibt vielleicht kommt auch mit einem kleinen aufwärtsgap rein wenn die us-zahlen gut mitspielen und dann müsste halt rüber müsste über die kante um sich ein bisschen beschleunigungspotenzial oben zu aktivieren ja oder oder halt unten raus aber ja das muss halt eben auch erst mal kommen muss bedienen marken kennt ihr alle ziele bleiben auch gleich und von daher würde ich hier jetzt sagen belassen muss auch dabei macht es nicht länger als nötig wünsche euch viel erfolg zum mittwoch gutes gelingen und dann hören wir morgen wieder bis dahin tschüss